Da sind wir wohl am bisher hektischsten Level in der hektischsten Weltjahr ever in Donkey Kong Country, Tropic of Frees, hier. Es wird nicht weniger, es wird nicht weniger, sind wir schon mittlerweile bei 8 angekommen und es nimmt kein Ende, es wird wohl wieder sehr, sehr hektisch werden in Welt 6, 8. Magma mia. Magma, jetzt kommt doch noch Lava, oder was? Magma ist doch Lava, was ist das jetzt? Ich will nicht mehr. Eis und Lava, oder was ist das Horror schlicht hin? Junge, wie viel Lava gibt's hier, ernst ehrlich? Ne, was war'n das jetzt? Ein Busse-Teil, äh, 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 eine Banane, hä? Ja, aber, guck mal. Also, es ist ja anstrengender als sonst, was ich gemacht hab' bis jetzt. Warte mal, mal zurück, komm noch. Nein, 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 ich will. Oh. Wusste ich, weil, das war vielleicht so ein Hinweis. Ja. Warte. Ah. Kluges Köpfchen, Maria. Ich wusste, es ist jetzt auch noch Lava, ey. Das darf man uns nicht von Eis treffen lassen, das darf man nicht von Lava treffen lassen. Ich find' gar nichts hier. Ist ja anstrengender als sonst, was ich getan hab' ich jetzt im Leben. Da hat die sind alle so. Oh, das kommt nur so vor. Kommt den? Richtig an! Das kommt den, glaub' ich, nur so vor, weil das alles... Genau in dem Moment. Ja. Springen wir natürlich, wenn's hoch wird. Das kann natürliches werden und, äh, ich hoffe nur, das war. Ich hab' vorher keinen Läberkopf, Mann. Ne, ich hoffe, dass wir nicht legeben, wo wir jetzt hier, ne? Lass' ihn. Warte! Jetzt langsam, langsam. Warte, warte noch, warte. Sie macht halt trotzdem schnell. Sie macht halt trotzdem schnell. Das zückt sie einfach nicht. Komm her! Sie macht halt trotzdem schnell. Ne! Was? Warte, das... Rambi! Was zur Hölle? Ja, mach das, Rambi. Äh, du. Okay. Ich mach das nicht. Ich weiß nicht, wo... Oh. Du musst nicht weinen! Ja, ja! Wo haben wir noch mehr? Ich... Ich muss nicht warten. Ja, 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 hier ist mir... Kunstteile, ja, aber... Krieg ich oder was? Meine. Ja, 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 ja. Oh, Mann. Mein, oh! Ich hätte wahrscheinlich alles sammeln müssen, aber... Boah! Hammer, Mia! Wenn du das siehst, dann... Du musst du sagen... Ja, ja! Da! Ach du Scheiße, ey. Ach, ich hab unten wahrscheinlich... Keine Ahnung. Egal! Mach weiter! Jetzt will ich... Ne, doch... Ich darf mal... Oh! Unten! Na toll! Ne, das hier doch! Ja, oder so. Hä? Wow. Egal, mach weiter! Na, Mann, ich weiß nicht, ob ich das stoppen soll, oder? Weil... Weil ich alles beachten muss, ey. Ja, ich... Superstresst, mal wieder. Aber ein Puzzleteil, das brauche ich nicht immer. Mann! Was ist, das ist jetzt, das hast du, so wie geht's nicht? Ja, das... Weiß ich nicht, ob das ein Geiger war, oder ob der hochkommt, weiß ich nicht. Oh, da toll, kurz noch ein Checkpoint, ey. Hey! Pfff! Oh! Oh! Alter! Das war mega knapp jetzt, ey. Was muss ich denn jetzt machen, ey? Ich bin völlig... Ich... Ich kann nicht mehr. Oh, oh. Ich kann nicht mehr. Leben war immer weniger. Ich kann einfach nicht mehr, ey. Ich kann nicht mehr. Ich weiß halt nicht, ob du... Musst du warten, musst du halt nicht warten. Jetzt muss ich einfach durchjumpen, ja, durch die Scheiße. Muss ich warten, ja, hoch, hoch. Äh, achso, muss ich inbrechen? Ach, welch Scheiße bin ich heute. Peter, weil die Scheißfähigkeit von dir. Danke. Mann, ey, ich konnte ihn schon spuglich machen. Wie der will hier, ey, ey. Flatter, 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 ey. Mann, ey, das nervt. Ich spürte zu weit, ey, ja, jub, jub. Ey, ja, ist gut. Mann, ey. Ist ja ein bisschen jörnisch mehr. Ich halte mich da aus. Möchtest du dich da konzentrieren, ey? So ein Scheiße, ey. Das ist so ein Bullshit, Bullshit hoch 10, alter. Größe, Bullshit, den Zypkurs, so scheiße wäre das sieb. Ich bin bei dem Drexler. Was soll ich denn da jetzt machen? Ich muss kurz warten, weil die Mauer da weggeht. Jetzt rutscht schneller runter, weil es ist da. Ich hau den Stuhl kaputt, ey. Alter, auch wenn ich worte, dann wünscht mich doch die Drexler. Ich weiß es nicht, man muss ruhig erschrocken. So, was hat er sucht, denn eigentlich Lama in Eis will? Ja. Das ist der Drexler nochmal ohne. Komm, Mann. Boah! Alter. Oh, Mann, ey. Junge! Ich hab schon das Game Over hier. Freue mir, der denn. Ja. So, jetzt zum Laden, Alter. Tja, mal krasser, ey. Es kommt noch die spezielle, aber da. Ah. Entschuldigung, ich möchte auch noch mal schenken. Ich möchte auch noch mal schenken. 31 Stück, ja. Die würden ja noch jählen, wenn die nicht so hektisch wären, die ganzen Level. Und die im Ruhen spielen könntest, oder so. Nee. Ich möchte auch noch mal schenken. Nee. Ich möchte riechen zittert, zittert, jähne. Jetzt kommt. na a b kommt dann auch noch bestimmt da recht so ja 6a iklu irrsinn was ist das jetzt nix gutes balancieren oder eisblöcke gegen geschossen wurde mal wieder schlimmste ja was ist du scheiße das ist deswegen das grüßt ab ich komme auch nicht lange stehen bleiben das ist auch kaputt das bricht zusammen wieder hektisch man kennt du kannst du kannst du nicht kommen hier vielleicht hier kann sie kommen hier hatten wir kurz vor fahrzeugen kurz ausruhen Das Ding Da, das ist fast, na toll Doch, ich hab's noch Warum, ne Machst du? Ich muss jetzt Warum? Wozu? Hä? Das sieht aus, als ob da irgendwie unten was ist Ich weiß nicht Ich will das nicht riskieren, ne Was ist Nein, nein Ja, und jetzt Zurück Ja, zurück Was ist das für ein Schwachsinn, Alter Ne Du musst die auch stehen lassen Ey, wie scheiße ist das denn, ey Da wäre ich auf den Rücken gekommen, dann beschwachtest du dich, weil du dich fliegen kannst Dazu musst du mal was haben, wenn du Los 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 Hier komm mal kurz halten Ja, gut Komm hier hoch Ach scheiße, da ist der Stachel hin Du musst drauf, ne Gut, gut, jetzt Rüber, rüber, rüber Oh mein, komm her Jedes Scheiße Jedes Scheißlöffel ist hier heute durch den Oh oh Oh, du musst dich wohl noch beeilen Musst dich immer noch beeilen Mann, ey Du stammel Du stammel Ich Ich Warte, warte, warte Warte, warte Äh Mann Achso Ich sehe nichts Ich muss dir jetzt Ich kann dir nicht nur noch kommen Ich muss weiter Du musst die Beine Nein Weiter Um Stopp Hier kannst du kurz Stopp Klopfen Warte hier unten Mann, alter So ein Dauerstressier So ein Dauerstier Warte 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 Nein Nein Was Warte 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 Was ist denn nur ein Gepo noch Was Ey Was ist Wie Ne Wie komme ich denn da hoch Das geht doch gar nicht Festhalten Weiter Warte Ne Jetzt 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 Achso Ich kann nicht Ne Ich komme nicht nur noch Ich 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 wie soll ich denn da hochkommen ich muss gleich weiter jetzt ist es genau jetzt 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 und jetzt das seiten und gleich springen oder noch fast da war fast gewesen oder ja so wie zu kriegen ich habe so was muss ich machen muss es gehe auch noch ich muss sagen was ist denn jetzt nun ein trampolin ist das ja ich habe das nicht gesehen man ist das zu leben die früße ich dir mal noch springen jetzt springen das jetzt jetzt rast ich aber gleich aus hier man junge müssen unterschiedlich springen das bringt ganz früher wissen ja feuerwerk schön war leck mich oh junge kann ich mehr so dazu der horror das mit einem herzen schaffen größe heraus und die jemals gemacht 6b nein in ferne ich wollte gerade sagen ich komme aber jetzt noch nicht ich habe da offen auf das mal wo ich das level kommt ich habe da offen auf das mal wo ich das level kommt ja nein das ist nur ausweich irgendwie das ist auch noch nach oben achten dass die wachsen nicht nach oder ne 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 oh du gotts ja du musst du musst glaube ich mal links gehen genau ähm kann ich jetzt auch mal kommen oder nicht doch ich höre mich doch ja da da ist ein beuteldings da ja scheiße komm einer noch hol ach gut ach gut ach gut ach gut nicht von oben warte mach den dicken platt gut Du Oh, da ist wo jetzt Glück Direktor Ah Ja, Mann Links fährst du? Ja Irgendwie Das geht aber jetzt noch Ja, das ist nicht ganz so hektisch Du musst halt nur so warten Noch Das wurde es einfach Jun Oh Mensch, da ist Feuerfische da Da oben ist sowas Ich war hier doch Da oben ist was Da oben ist was Da oben ist Was machst du denn mit dem Typ? Ich würde eigentlich töten Den kannst du nicht töten Wie auch nicht? Der hat einen Helm auf Und der hat die Starre Dinger Jetzt da Warte Du rüber Ja, komm Das geht doch auch nicht Jetzt geht es auch Tränen Wie super Oh, heulst du ihn Weil du besoffen bist Ich kann die selten Du musst da Schatze Ja Da wärst du vorher Den Dürfen hast Komm her Du kommst vielleicht noch ran Wenn du hier so schräg Keine Ahnung Keine Chance Ich hab Bock mehr Junge Du hast die da Oder weil ich Könnte nicht Mann ey Bist du Dreh mir schon die Augen In die Scheiße hier Na, weil du besoffen bist Weißt du Jetzt hol der Scheißdinge Warum ist das denn Der PfN Pinguin drauf Und den hochpusten Das ist doch nicht wahr Mann, ich hab dein Bock mehr Ja, dann mach es selber Ich mach es Viel Spaß Ich kann mich ja nicht so hochpusten Wie du Jetzt so leicht Motte Ich muss es einfach nicht Ja Kacke Willst du denn die Serie ausweichen? Willst du das mal sagen? Weißt du das? Mach mal Ich kann auch auf sich auf Platz Was? Äh Du musst Und dann war ich so wach du da unten, dann war ich das hier oben. Muss warten, bis... Na? Muss man auch bald nicht mal runterfallen? Bleib da unten, Schatz, nicht nur noch... Bleib da unten, Mitte. 6 von 7, ne? Könnten wir alle kriegen. Mann, ich hoffe, schießen du! Ach so. Kommt mal. Doch. Mach dich mal. Boah, soll ich das zu wissen? Nee, geht nicht schön. Na? Ja. Oh oh. Ey, oh sorry, ich will gucken. Warte, warte, warte. Was ist denn Fische bei dir, Alter? Oh. Du darfst es. Das geht vielleicht noch nicht. Oh. Scheiße, ey! Jetzt fängt es hektisch an. Jetzt fängt es hektisch an. Das Bus ist eigentlich cool, boah. Tschüss. Boah? Ja. Wollte ich aber wie denn, Mann? Ja, ja. Mach hin. Jetzt rüber. Ich stehe ich nicht. Ja, ich habe aber jetzt geholt. Ja, gut. Ich brauche da links nicht dran, Winsen. Warte mal. Ja. Ja, nur es geht. Ja, du bist einfach runtergefahren. Ernst, Alter. Wie du lehnenkaufen? Warte mal, warte mal. Dann weh. Mann! Tschüss. Ruhig jetzt. Konzentrieren, ey. Was ist denn mal jetzt los hier? Ja. Warum nächst du denn los? Mal weiter auch an. Ja. Das sind wir das alles nicht mehr. Ich bin, Marco. So, hoffentlich war der Busse, äh, gehen. Bus da hat man. Da kommt jetzt bestimmt. Ja, muss ich im Überlaub. Leck mich, du Hure. Du musst dich ja nicht beeilen. Leck mich mal schon. Die weißhaften, die fallen da auf mich drauf. Einfach durch. Da haben wir halt. Ja, Bus da. Wie? Ja. Jetzt warum? Keine Ahnung, wie man den Buchstaben jetzt bringt. Da müsstest du schon warten, bis das Hunder fällt. Aber wo sollst du das im Feuer wissen, Mann? Ich tuf der Hunder Lähme, ey. Ich hab halt dich noch zu füllen. So, du füllst. Man, das so kann ich nicht. Lass die Scheiße jetzt da. Ah, nee. Das so, ich warte nur bald, bis das Drummer fällt. Ich scheiße da. Warum wollte ich den nicht? Ich füll fast, nee. Wie, ey, also. Bullshit, Alter. Kröste Bullshit, den zieht. Wann soll ich denn da schießen? Ich hab doch noch eine andere Idee, aber... Dass ich gleich rüber gehe und dann nach links schießen, mich schießen lasse. Ich, äh... Wurde zuerst gemobren. Ja. Das war schon zu viel Leben, einfach. Ja, aber du, ich war... Jetzt krieg ich das nicht, weil ich... Ich bin niemals konzentriert. So hausisch. Das Level bricht mich hier. Warum kommst du denn nicht mit mit mir? Ich verstehe das nicht. Du musst schon sagen, dass du machen willst. Ja, du musst schon sagen, dass du machen willst. Ich wollte rüber und dann will er nach links zum G rüber. Ich weiß auch nicht, wie der das da machen muss, ey. Hier, kleines Ziel. Fick ich auf den Chef gehören. Das ist mir so kacke, ey. Jetzt rechts und dann nach links will er... Aber macht's nicht. Boah, viel Junge. Ja, tsch. Ich hab mir da ja auch gebocken, ja. Kraft ist irgendwie zu Ende. Du musst nach rechts rüber denn da. Drück da einfach immer nur nach rechts. Einfach immer nach rechts drücken. Wurde oder so, oder falsch sind wir die jetzt schon. Jetzt nach links. Nach rechts. Ich wusste es ja so, wie macht der muss. Was ist denn das jetzt? Die fangen runter, du musst übereilen. Was ist das für ein Boosh-Shooter? Ja, klar. Nee. Da wird. Das war's. Das war's. 100-prozentig. Wollen wir diskutieren. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Herzlich willkommen. dass du wirst schon locker mit noch mehr herzen an mann jetzt denkt dann da rechts und dann links rüber habe ich doch gerade ob es nicht das ist links rechts jetzt noch ein paar treffer ich kann mir auch keine zeit lassen ja jetzt jetzt auch nein mit denen da wird tatsächlich alles hier habt ihr sammelt damit das ist so reich ich kann nicht mehr es ist nicht lustig das kalte wird das schaue ich jetzt nicht mehr das war wenigstens noch leben wo du musst du bist jetzt abschreib ich euch so ein stress die einzelne will nur stress zwei stunden lang jetzt treibt sich nein das reicht zumindest für das kalowel da kannst du schon mal hingehen zum kalowel jetzt das nächste mal weiter da findest du da hin? oben glaube ich hoch ne runter wo ist das nu? weiter unten oder nicht? da links ist es also musst du da ja und hoch gut wir haben jetzt die schnauze voll ja für euch war es vielleicht schön uns hier allein zu sehen aber den dauerstress macht es ja auch mit spielst du ja auch mal tut euch den dauerstress auch mal an ansonsten geht es beim kalowel nächstes mal weiter das wird wohl genauso sind es wird vielleicht noch mal ein paar stuppen höher aber naja irgendwie waren wir schon bewältigen mein leben haben wir jetzt genug also wenn wir mit dem leben jetzt game over gehen dann haben wir es nicht verdient das spiel zu schaffen aber naja bis dahin lasst ein like da lasst ein abo da muntert uns ein bisschen auf und ansonsten sehen wir uns hier das nächste mal wieder bei Donkey Kong Country ich hoffe ich will freeze beim den ende des spiels dann gut ich hatte gerne mehr ein lasst ein like da wünsche euch einen schönen abend einen schönen abend ach ich küsse mach du mach du ich kann nicht mal sehr sehr schön ich bin völlig fertig einen schönen abend einen schönen konto ja dem was wieder schaut und am drehtuch zu dir zu sie tschüss zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020